Wenn er dann seine wissenschaftliche Forschung gemacht hat, dann muss er rein bis aus wissenschaftlichen Gründen immer Spiele spielen. Es geht hier jedes Mal um einen anderen Aspekt, also wie die Interaktion dann unterschiedlich gestaltet ist. Zum Beispiel wird jetzt immer durch die Mitte des Bildes geschossen und da wird die Richtung jetzt definiert. Sind fast alle tot. Er hat gewonnen. Okay, das war also...